Hallo, heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das vielen Künstlern unter den Nägeln brennt. Und zwar neuste Technologie gegen alte Techniken der Malerei. Im Grunde genommen kann man aber das ganze Thema von der Seite auffassen, dass sich die Sachen gar nicht so gegenüberstehen, sondern dass eine das andere sinnvoll ergänzen kann. Wir werden uns hier anhand von dieser Landschaft ansehen, wie die neue HDR-Technologie uns helfen kann, solche Motive in der Malerei besser auszuarbeiten. Um diesen Vorgang zu verstehen, ist es am besten, sich erst mal mit unserer Wahrnehmung auseinanderzusetzen und mit der Art, wie die Kamera versucht, dieser Wahrnehmung nachzuahmen. Wenn wir uns eine Landschaft ansehen, haben wir den Vorteil, dass sich unser Auge sowohl auf die vorderen Gegenstände einstellen kann, wie auch eindeutig in allen Helligkeitsstufen auf die hinteren Gegenstände. So sehen wir die Sachen, die vorne sind, genügend ausgeleuchtet und scharf. Und hinten, wenn wir auf die Landschaft überschwenken, wird die Landschaft auch in allen Seiten Details uns offenbart. Diesen Vorteil hat eine Digitalkamera nicht. Sie kann nur höchstens das simulieren, indem wir ein Bild zu dunkel aufnehmen. Dadurch ist die Landschaft im Hintergrund besser sichtbar und ein Bild zu hell aufnimmt. In diesem Bild würden wir die vorderen Gegenstände gut erkennen. Diese Einstellung passiert bei vielen Kameras automatisch, sodass die Kamera gleichzeitig drei Fotos schießt, eins unterbelichtet, eins normales und eins, das überbelichtet ist. Aus diesen Bildern kann man also entnehmen, bei diesem zu dunklen Bild nimmt man die Landschaft, die dabei besser rauskommt und bei dem anderen können wir die vorderen Gegenstände entnehmen, die ansonsten etwas zu dunkel geraten wären. Aus diesen drei Bildern baut ein Computerprogramm uns ein Bild zusammen, das unserer Wahrnehmung eher entspricht. In diesem Bild können wir sowohl den Vordergrund wie auch den Hintergrund scharf erkennen. Diese Eigenschaft nutze ich zum Beispiel, wenn ich als Bildvorlage Fotos verwende, weil mit normalen Bildern gehen sehr viele Details unter und die Helligkeitsstufen führen dazu, dass wie zum Beispiel hier in diesem Bild die Wolken nicht mehr zu erkennen sind. Mit der HDR-Aufnahme habe ich eine viel bessere Vorlage, was Details, Ausleuchtung und Lichtführung angeht. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch und ich hoffe, ihr habt weniger Angst in Zukunft neueste Technologien in alten Techniken einzusetzen. Bis bald! Ausleuchtung und Lichtführung Untertitelung des ZDF, 2020